Der erste Mythos lautet, LDL kenne ich schon längst. Ich lasse meine Schülerinnen und Schüler Referate machen. Diesem Satz begegne ich sehr häufig. Dahinter verbirgt sich ein grundlegendes Irrtum. Bei LDL-Stunden geht es nicht wie beim Referaten darum, mein Publikum über ein bestimmtes Thema zu informieren. Vielmehr ist es das Ziel der Schülerinnen und Schüler, die eine LDL-Stunde halten, der Klasse etwas beizubringen. Das heißt, sie sollen den Stoff didaktisieren. Wie bitte? Didaktisieren ist doch die Aufgabe der Lehrkraft. Ja, und ihr wisst, wie viel Zeit wir damit verbringen. Und dass die Aufgaben dahinter viel komplexer sind als bei Referaten. Wie sehen nun die konkreten Schritte der Didaktisierung bei LDL aus? Die Klasse bereitet sich in den Unterrichtstunden vor. Wie fangen Sie an? Klar, mit Recherchieren. Zuerst recherchieren Sie in Ihren Köpfen. Welches Vorwissen haben Sie schon? Sollten Infos fehlen oder nachgelesen werden, stehen Materialien im Klassenzimmer zur Verfügung und Sie können auch Ihre Endgeräte verwenden. Als Lehrkraft unterstütze ich Sie natürlich. Ich gebe Ihnen Impulse. Denken sollen Sie allerdings selber. So entsteht Kreativität. Sie werden explorativ und setzen sich intensiv mit dem Stoff auseinander. Anschließend machen Sie sich darüber Gedanken, wie Sie die neuen Inhalte der Klasse anbieten und erklären wollen. In der Vorbereitungsphase überprüfe ich stets die Korrektheit, lasse aber immer ein paar Fehler übrig, damit das Denken bei der Klasse stets aktiviert wird. Miteinander wird nach einer Klärung des Problems gesucht. Sollten Fehler unentdeckt bleiben, melde ich mich mit einer ehrlichen Frage. Die Schülerinnen und Schüler bekommen einen Terminplan, wer wann dran ist. Diese Reihenfolge werde ich gewiss ändern. Warum? Ich möchte, dass Sie Flexibilität lernen und üben, mit Unsicherheit klarzukommen. Wie bauen Sie Ihre Stunde auf? Vorgegeben ist nur, dass eine Visualisierung im Laufe der Stunde entstehen soll. Eine Art Landkarte. Keine Zeit darf mit dem Abschreiben verbracht werden. Der Austausch und das Besprechen der Inhalte steht im Fokus. Hier entstehen Emotionen, die für das nachhaltige Lernen von großer Bedeutung sind. Beim Halten der Stunde geht es mir vor allem um das Erklären, das Eingehen und Analysieren der Äußerungen der Mitschülerinnen und Schüler, um das Kommentieren und Loben. Die beiden Schülerinnen und Schüler, die die Stunde gerade halten, sind keine Lehrkräfte, sondern auch Lernende. Diese Rolle umfasst drei Punkte. Der Klasse, die Information zu vermitteln und Wissen gemeinsam zu konstruieren. Den neuen Stoff zu üben und ihn mit dem schon vorhandenen Wissen zu verknüpfen, sodass neue Vernetzungen entstehen. Und jeder muss verstehen, in welcher Situation dieses Wissen aktiviert werden muss. Wenn eine Einheit behandelt wurde, bietet es sich an, die Komplexität zu reduzieren. Bei dieser Phase tauchen teilweise noch Unklarheiten auf. Dank des Nachfragens kommen oft neue Zusammenhänge ans Licht. Ich denke, es ist klar geworden. Bei LDL geht es um viel mehr als bei einem Referat. Sowohl die Rolle der Schülerinnen und Schüler, der Mitschülerinnen und Schüler und auch die Rolle der Lehrkraft ändern sich bei LDL, sodass die Schülerinnen und Schüler in der Lage sind, Inhalte zu didaktisieren, zu konzeptualisieren und zu teilen. So findet nachhaltiges Lernen statt. Untertitelung des ZDF, 2020